Was geht ab, Genstead? Uns ist beim Cutten mit Summit ein kleiner Fehler unterlaufen, den würde ich euch gerne erklären. Das letzte Outlast-Video ist ja schon geraume Zeit her und beim letzten Spielstand sind einige Sachen wohl gelöscht worden oder was auch immer, dass da irgendwie der Speicherpunkt irgendwie nicht mehr der richtige war. Weshalb wir jetzt noch ein paar Anfangsszenen vom letzten Video drin haben. Also ich habe die heute quasi dann nochmal neu gespielt, aber ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Natürlich wird der weitere Verlauf dann wie üblich weitergehen. Das war nur so ein kurzes Infovideo meinerseits. Ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem. Das war ja schon. Ich bin mir nicht mehr. Das war ja schon. Das war ja schon. Ja, das war ja schon. Ebedi bir Lanet'e, yine bir başvurusuna imzamızı atacağız bir gün. Yeni bir video ile baş başayız, Genstead. Ich hoffe, wir haben sehr viele Fische in den, was ich werde heute fangen. Das war ja schon. Bir gün yine lanet dolosu bir oyna başlayacağız. Ve bunun devamını sürükleyeceğiz. Inşallah bitte so ich gefein. Fertig fit, da war ja schon. Das war ja schon. Das war ja schon. Das war ja schon. Genstead her şeyi daha net görmek için, Bir tane kendime Gözlük aldım. Bilmiyorum, iyi mi yaptım? Ama şöyle bakayım ki, Her şeyi daha net görüreyim ki, Altıma sichtığımda, Pempas'ımı değiştireceğimde, Altıma yapışmasın. Yani, sürtüşme olmasın, değil mi? Danimarka For Life. Uuuuuh. Er wird ganz schnell, seit 2 Monaten gab es kein Outlast-Content. Aber heute werden wir das ändern. Heute werden wir wieder das Böse in die Augen gucken. Und wir werden es versuchen zu beobern. Denn, wir sind nicht von schlechten Eltern. Als wären wir Sambra. Und natürlich die Click. Asche for Life, Aschkobar. Feierst du Asche? Nein, es kippa lida, die sind okay so brava. Ja. Und dann hat der mich einfach geschlagen. Hehehehe. Was wird dich sitzen? Lass sofort klären. Ach, da wieder aus Lava-Chattich. Uuuuuh. Ich hoffe, das heutige Video gefällt euch. Denn Outlast ist natürlich sehr schlimm. Aber was noch viel geiler ist, in den nächsten Wochen kommt das altbeliebte Format, worauf ihr alle schon gewartet habt. Teil 5 wird kommen. Und ich glaube, Rap-Check und ich sind füreinander bestimmt. Ich bin weg. Salamun alikim morrrrrrrr. Und dann bin ich... Iptal. Ahahahahaha. Eniştem kuzenimi s*****. P*****. Ya, aman. Şunu gördüğümde bile, şu ekranı gördüğümde bile içime tuhaf hisler geliyor. Kanım duruyor ya. Tansiyonum 160'a fırlıyor. Excuse me dear Obama. I hope that I will see you again ya. Hope you see you again. All of you John Legend ya. Hepimiz bildiğimiz genel kültürümüze aktarmayalım mı? Hepimiz harmonide yaşayalım. Zamanındaki gibi. Christianity for life, canım. Bu kadar basit. Ex-Muslim ich liebe dich. Peace. Und die rippende Frau. Da kommt die Spermia ya. Ahahaha. Hadi başlayacağız. Allah'a g*****'nü b*****'nü salyalarını yedim. Hadi başlayalım hadi. Hadi. Zaten gribe faydası yok oğlum. Bizde vitamin olsaydım oyuna başlamazdık ya. Vallaha billah. Kütüğümüz gelmişiz. Geçmişimiz zaten alkaya sabit. Bizim kran kasamız bile çalışıyor. SSK'lı arkadaşlara buradan duyarı. Eğer biriniz ağrıyorsa illaki kran kasaya gidin bir işe işlemi yaptırın ya. Amına koyum ya. Parti kuracağım yeter. Freedom for everyone kardeş. Selamın aleyküm. İnşallah burada rahatsız edecek bir şey olaylar olmaz. Masa niye burada? Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Vallaha gençler bu havlu burada keyfimden yok. Kan ter içindeyim. Vallaha billahi nelerce su akılıyorum. Sen niye öldün yavrum burada? Eğer yüzüme gelirsen senin kafanı gözünü ekrana ben sarçalarım ha. Amına koyum salçaya benzeyen orospu çocuğu. Lan müganda da seni annem bile aramaz. Şu tipe bak lan. Michael Schofield'e benziyorsun amına koyumun. Şekli kaymış pezevengin çocuğu. Elinde böyle avuç atmış, karşı tatlı sanki dilenen orospu çocukları var ya. Şekilsiz, nursuz orospu çocuğu. Niye abartıyorum lan ben? Bir kısara bakayım ne yazıyor orada? Fırat Usta abonuyen doğru canım. Şimdi hatırladığıma göre buradan çıkacağız. Bir bakayım saatte ne yazıyor? Haa tabi tabi. Lastiğe videoyu beğendim de. Valla biraz aştığıydı lan işte. Sağtın içmiyip de o zaman tuttu. Ananı sikiyim televizyonda niye kan var? Gençler niye orada kan var? Ne bakıyorsun orada lan? Ne bakıyorsun orası bir çocuğu. Ağzın sülalini sikliyim çocuğuna bak ya. Niye burada bu kadar bilgisayar açık? Şuan biraz korkuyorum. Yerde sen de al... Düşmeyin misiniz? Ne arayacağım lan burada? Ananın gururunu mu arayacağım? Amına koyduğumun çocuğu. Aynı şişesini. Üfff. Vaz git ya fünün kankı şay sarpma. O mesaj yada tuğdu. Okey. Dası da hauptan gönü. Tamam. 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 Bize şimdi bizimle fişesinden felas gibi hotel araba sokma da siz. Vaz soru işe mak. Nesli gittikten alo istiyemem. Es tuğdu. Alta valla bile eski dişkan tuğdu. Merhaba. Secretörüm elektrikorum. Sağaya mı gideyim? Sağaya mı gideyim? Sağaya mı gideyim? Amı diyeyim ben mi diyeyim? Ceğaya mı diyeyim? Bay. Bay. Ulan nereye gireceğim belli değil. Her yerde kan götürüyor ya. Buraya her şey herkes sikmiş ya. Sağdan gireyim. Ne yapalım? Sağdır bu ne? Engişe şeslu ken'a bas dağat. Eee valla bile değil. Buradan niye kan çıkıyo acaba? Ne yazıyo burda? Mano da fao. Hehehe. Neyi tutmeler işbin 24'te mi? Komiş ya tuğatsım gay. Ne bu? Ve bu. Ve bu. Ya bu. Ya canım artık burda da bir şey olacağını sanmıyorum değil mi? Püh her yere bok götürüyor. Allah belanızı vermesin ya. Es tuğdu valla bile. Püh her yere aman ceset götürüyor. Bu ne biçim bir hayat. Bu ne biçim bir örnek. Oğlum hayatınızı bir yere getirin. Makt eure ausbildung. Geht alle farm. Geht alle kriptowährung farm. Ich hab valla keine kriptowährung. Ich hab keine Ahnung. Egal. Obama for president. Ananı sikiyim. Biraz korktum. Merhaba canım. Buraya bak. Geç bas. Ve zaten. Ich mag gara valla keinen Spaß. Der magas da gara rüber gelaufen. Wenn ich da jetzt reinlaufe. Hoffentlich passiert da niks. Weil ich hab echt kein bok. Ich hab hier keine 20 minuten gespür. Ich kan mich ja schon ein. Okey. Wir hatten diese komische kart für den security room. Ich glaub das ist dafür gedacht. Sehr schön. Tamam. Haydi yürek. Açalım bakayım. Bitti. Valla çakarım sana. Ağza sıçtım çocuğum. Valla de polisen Amerikasını yapalım. Bunda şöyle olsun. Bayon seni. Iiii. Trilla. Trilla mine. Basla avaç. Valla billah. Iiii. Ya ya öf nedir hopla gön. Zetsizim. Tamam canım bende. Ay oras şöyle etrafını temizleyeyim. Accessing security system. Ne oluyor şuan? Stop. Es ben tümün ve çıtıyon göfnün. Ananı sikiyim. Kukna gait kukna gait. Hat siktir. Hiç bit. Hahahaha. Spike ya. Bizi tut. Bu ne lan? Ananı sikiyim. Bu ne? Bu ne? Gir oraya git. Gir. Allah dur orada. Ne bakıyon oğlum? Ne bakıyon? Ne bakıyon oğlum? Andrew Tetris moros bu çocuğu. Es min tohut. Es min tohut. Mevlana'dan ders aldım. Oldu Mevlana gibi. Es min sin de kella. Sir. Luke Skywalker please help me. We are in a very dangerous situation right now. Hadi bismillah. Nereye gitti acaba? Es min tohut. Tamam keleye gideceğiz. Kele burada. Tamam keleye iniyoruz. Hadi bir şey olmayacak burada. Bir şey olmayacak. Çok eminim. Her yere kan götürüyor. Nasıl bir şey olmayacak ya? Onu diyeceğim. Fet komedi löypte onu okum. Higay bilim mali. Bismillah. Valla löypte bakmış bir inktaş. Hier. Oh mein Gott. Er speicher. Ich werd sterben. Ich werd sowas von sterben. Wollen wir beten. Who's that? Anan ame burda. Oros bu çocuğu. Anan ame burda. Siktimin teufelskeldu. Du scheiß wixer hoffn. Kornem sie de ne tohtler. Ananı siktim her yere asmışlar. Das ist doch das ding, oder? Tamam. Bak o. Schalte die beiden gaspumpen. Wo ist das denn? Merhaba efendim. Merhabalar. Merhaba efendim. Ich hoffe ich durche niemanden. Ich hoffe ich nicht. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Schalte die Pompese. Oh mein Gott da ist ja. Ananı siktim. Esta. Valla billah. Valla billah. Dur orda. Şimdi dur. Jetzt wird nicht mehr passieren. Wir müssen auf passieren. Valla billah. Meru. Kudi ha. Iiiiiiii. Anan valla billah. Yanımdan kan atıyor. Şimdi bayılacağım burda. Kan ich konsoren nicht. Bu hezol. Hieras besun lan. Ich wenigstens. Wer soll ich raus wollen. Ich hab keine Ahnung. Egal. Ich geh raus. Bismillah. Oh mein Gott. Mein Herz. Mein Herz. Da ist der Wichser. Da ist der. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Du schaff das. Du bist King. Oh mein Gott. Der ist da reingelaufen. Ich muss da lang. Oh mein Gott. Was passiert hier? Bismillahirrahmanirrahim. Oh mein Gott. Yan ist das. 상t. Wenn du bist. Es schaff das. Dann gucken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. turningallas Was ist denn hier? ? 芦nt Wmitt ne wschitz so sie Ich hab's ausgeschaft, ich hab's ausgeschaft, ich hab's ausgeschaft. Hinter mir ist keiner, ne? Hinter mir ist auch nicht Lugadana, oder? Allah, ma schüphle Rossum, Gott sei Dank hab ich das geschafft, Wallah Billah. Wartet, wartet, ich muss kurz überlegen, tamam. Wir waren unten, haben den Generator wieder angemacht, vielleicht müssen wir hier lang irgendwo... Er ist tot, Wallah Billah. Tamam, mach den Haupteingang auf, okay. Ne oluyor? Ich bin tot, Wallah, ich bin tot, bitte, bitte töten mich und lass das Spiel beenden, bitte, Wallah, ich bin weg. Sorry, mein Sohn, aber du kannst nicht weg. Nicht yet. Es ist so viel, um dich zu sehen. Ich bin weg, ich bin in einer neuen Hütte, aber egal, Hauptsache das Christenkreuz, denn das schützt uns immer. Langrebel Christentum. Ich rate meiner Tochter oder meiner Mutter oder meiner Schwester, nicht in Tanten oder Cousinen, sich in islamischen Dildo reinzuballern. So, Genshter, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wir hatten wieder heute richtig fett Spaß und ich habe natürlich hier geschwitzt wie ein fettes Schwein, aber egal, das macht nichts aus. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne doch ein Like da. Das nächste Video, was kommen wird, wird ein großes Special sein. Also ihr könnt euch schon wahrscheinlich denken, was kommen wird. Eine langersehnte Rubrik von jedem gefragten Rubrik. Also lasst euch alle einen Like hier da und wir sehen uns beim nächsten Video. Und ich glaube, meine Hand tut weh, ist das vielleicht ein Teil 5? Für die Mutter, Rapp, ein Finger ab, Rapp.